Warte, ich schmeiß mal... Ich hab nichts. Egal, das ist so. Das ist halt so. Uuuuh. Naja, okay. Also er ist grün, okay? 81, ne? Nee, es ist nicht das Minimum grün. Ich würde sagen, es ist... 82, okay. Auch nicht das Minimum, äh, Überminimum. Na gut, halt 84. So. Geht. Nicht perfekt, aber ist okay. Easy, okay. Wer hat den Schlüssel? Du hast den Schlüssel. Schaffen wir den? Ja, ne? Ja, klar. Ja, okay. Wenn man halt oft passen auf der S und so und das Clary auch reilt. Pff, mach ich ja kein Demonstration. Nee, bei dem Bus sowieso nicht. Ja, ich weiß. Ja, ganz mit. Hier kommt wieder Musik, ey. Das ist das, was bei Iron mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Zumindest als Let's Play-Variante. Dass ich keine durchgehende Musik habe. Oh. Oh, verdammt. Also gut. Normalerweise macht man die Musik von Iron aus, ne? Aber... Ich, niemals. Du hast gar kein Sound überhaupt nicht an, ne? Hautflickers lieb. Das ist mal wieder maler holen, ist jetzt in der Jahrhaut. Alter, wie er schon losgelaufen ist, trotzdem noch in, ähm, Dingsform. Der hat sich einen Bonbon geschmissen. Alter, schumme, ey. Alter, wie soll ich so viel Widerstehnen auf einmal? Äh, weil die Mobs etwas hat was in. Ach, ich wollte gleich noch den zweiten, sonst müssen wir es mal warten wieder. Ah, schon geroutet. Juhu. Hä? Du sollst ja wieder raus. Weil mein Ruht auch ne ewig, Alter. Ich hatte aber nachgeroutet, deswegen... Ja, da haben wir das Problem, du hast wieder gefehlt. Na, ich hab nicht gefehlt. Ich fehle niemals. Ich muss ja ein bisschen Ego dagegen steuern, ne? Also, das geht ja nicht. Sleephole? Ne, warte, wir müssen links. Äh, scheiße. Ja, das ist so räutig, der... Äh, die Ops. Sleephole. Sleephole. Das... Deserteur ist scheiße, ne? Äh, wieso Sleephole? Nicht hier. Das doch der Mönch herkommt und den anderen keitig rund. Ja, ja, das mein ich ja jetzt nicht. Aber den Legatus, dann Sleephole. Ja. Das wär nett, ja. Ja, lass runterziehen und dann machen wir dich. Aber jetzt, los, komm, zieh. Luh, luh, luh. Bäh, meins. Dann, dann nehm ich halt den Mönch. Nicht rausholen. Danke. Kann er mal umfallen? Widerstand, Alter. Aber, aber, aber gar nicht schon lustig. Hm. Zum Todlachen. Aber da Bade... Ganzes Todlachen. Aber wenn man überlegt, ne? Da Bade fährt eigentlich schon sein. Ja, ja, ja. Nehmen wir mit dem Fleisch raus? Ne, das geht nicht. Ähm, warte, ich nehm den in Halt. Ja, warte, noch, noch, warte, warte, steht da vorne, ich stehe noch schnell Dings dran. Ja, ja, ich weiß, der Legatus hat ne ziemlich große Range, ne? Jetzt, oder? Jolo. Jolo. Jolo? Jolo ist doch schon sowas wieder von out. Oder? Echt? Wann noch nie saß da? Ja, weil er hat das absichtlich gesagt. Also in dem Bewusstsein, in dem Sinne, dem es gemeint war eigentlich. Die meisten haben das halt gesagt, weil es halt so witzig war, um sich da drüber lustig zu machen. Ja. Okay. Mhm. Okay. Ja. Weißt du? In der Tat. In der Tat, selbstverständlich. In der Regel, was? So, ja. Während der Regel. In der Regel schon. Äh, Legatus, ja. Ja, ja, läuft, läuft, läuft. Hihi. Wie, es klappt. Tatsächlich ein Schild trotzdem Druck, oder? Weiß ich nicht, hab nicht drauf. Also, ich bin auf dem Fleischreißer mit. Äh, nein, hat er nicht. Jut. Dein Hoth, da ist es. Ähm, dammit. Aber, nee. Oh, puh, nee. Wir müssen das Schild jetzt erstmal richtig runterklappen. Oh, ho, 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 und das dauert. Ja, aber wir können über Routen währenddessen. Ja, ja, Routen. Äh, wie wär's mit hier? Statt Routen. Ach, hier wird überbewertet. Weil ich selbst. Oh, Banner auch. Ja. Wie scherzbar, Schwede. Äh, leid. Aber die haben sie genurft. Finster? Oder meinst du nicht, weil der, äh, Banner, äh, Banner. Banner. Garde und Ganner. Ja, Banner, Banner. Kennst du den Banner? Quest. Ja, Quest. Äh, Quest. Schade, das ist Asmodia, die eine. Äh, ja. Ja, die eine, aber nicht die andere. Nicht das. Ja, Drachenflamme. Äh, ja. Boah, das ist eigentlich eine blöde Quest, ey, mit Drachenhandwerkerhammer. Das ist so scheiße. Hä, das kriegen wir doch noch zusammen. Meinst du? Wenn wir alles clear und nicht locker. Jesus. Ja, das macht richtig. Oh, so viel Spaß. Wir werden heute noch 56 gehen. Ja, mindestens. Und bin ich hier nur wieder gelandet. Na, so freust du dich. Du wirst von uns vergewaltigt, aber sowas von. Außer ich nehm den Titan. Ich nehm den Legate Sleep Pull. Widerstand. Gut. Jetzt muss ich heilen hier, was soll denn was? Ach, hier für Dinge. Ja, du bist nun mal in unserer Heilschlampe. Weil man keine andere Heilschlampe finden konnten? Gut von Schlampe. Ja, der hat sich ja freiwillig gemeldet, das ist der Schlimme. Hahaha. Ach ja, irgendwas war ja. Juhu. Ja, hab ja eigentlich nen Templer gesucht oder nen Tank. Ja, ich bin der Meinung, das war ein bessere Weg. Hm, weiß ich nicht. Ne, eigentlich nicht. Ah, hau mal das Dreckschild halt runter, ey. Anziehung, ey. Oh, der ist ja anziehend. Hahaha. Toll ich mein Lieber wieder Manna, ey. Oh ja, zieh mich doch halt. Beim Manna weggezogen. Er zieht einfach mich weg. Er ist so ein Bob. Muster. Was? Erstklassiges Schwert. Stufe 65, oh. Es gibt jetzt, also, man kann jetzt von PvP-Waffen selber craften. Okay. Ja. Welches Muster denn? Darfst du mir bauen? Poster bitte mal, wo ist denn das Muster? Im 3er. Wo hab ich das überhaupt knapp? Im 3er? 500. Muster, da. Erstklassiges Schwert. Ich glaube, ich hab 499 oder so. Na, dann mach mal, wirst du noch. PvP 7,2. Schon anständig? Hm. Geht, geht. So, ähm, sleep, legatus, äh, ready? Ja, ne? Mit sein muss. Bespöre nämlich. Oh, wenn die Scheiß ist, ne? Oh, bis man sich starten, wo er hatte. Ja, ja. Ich muss gerade auch fehlt, hat mir. Ich kann mich mal kurz um den Legales. Ja, ich hab da schon ein Schild umgehabt. Ja, ich grabe hier jetzt gerade, wie war den, äh, Anorati, äh, den ich wasch hatte. Ich denke, denn. Ja. 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 Ja, aber so muss hier. Und du musst sie jetzt mal. Naja, die Ads brauche ich nur antworten. Da brauche ich nicht mein Dämpferschmack. Ja, das, ja, das. Aber du wirst, wie ich meine. Ja. Du musst sie antworten. Äh, Indigatus haben wir dann in der anderen Annie noch, ne? Ja. In der anderen Annie in der Mittelstück noch eher noch. Äh, ja. Äh, also ich tink den Standard hier. Ja, ich nehm mal das hier mal weg. Ja, das nervt. Doch, ich hätt's auch jetzt gemacht, aber. Ja, ich nehm mal was raus und dann schmeiß ich die Asmo-Dinger weg. Da wird den Raum hat es nicht. Das ging so gerade, ich wollte nur auch gerade tun. Ja, das ist immer doof, wenn man da versehentlich draufklickt oder so. Asmo-Dokumente in meinen Würfel für Questgegenstände, Münzen und bla bla bla. Aber, wollt ihr mich verarschen? Weg damit. Gibt's doch nicht. Was hab ich denn noch für ein Rotz hier? Eine Minute, trinke. Blocken. Yeah, weg damit. Braucht kein Schwein. Ich kann noch mehr wegschmeißen hier. Besonderer weißer bla bla bla. Weg damit. Irgendwie braucht man, ähm, müssen sich das mal ändern. Man muss den nehmen können aus dem Inventar und einfach wegschmeißen. So, und dann so eine Animation, so weg damit. Und dann ohne Bestätigung. Flossen-Boden. Ja, ja. Dann musst du sogar auch so hören, so eine große... Das fülle ich mit dem Dreck. ...assessuarkugel oder was für eine besondere große Rüstung. Dann musst du auf den Boden, so hörst du, boong. Weißt du, wie so eine Bowlingkugel auf den Boden. Und dann platzen musst du das. Ähm, achso, kann ich überhaupt? Ähm, weiß ich nicht, aber kann. Schau'n wir mal, ne? Können sie ja mal probieren. Wie war das, ne? Soviel Dammit. Vorher, vorher nochmal nachbaffen, halt. Bespät. Okay. Cast lief schon. Der Cast lief schon. Ja. Da war so ziemlich hinzelt. Ja, ja. Könnte bloß sich hinzelt. Ja, da würde ein bisschen Druck machen, ne? Ich geb mal einen dort mit drauf. Aber zum Glück, ich habe ja einen Ausweichskill, aber nur einen. Verleih. Ich hab auch nur mit Notizidee, das. Oh ja, leider Gott, das war. Naja, sind weg. Ich darf da nicht zu viel Damage machen. Ne. Oh, jetzt. Äh, das ist esig, was ich machen wollte. Mein Schock-Fill-Move ändern. Dauert immer so lange. Jetzt weg. Kann ich kratten? Was, was, was hast du da? Ich weiß, hab ich verstanden. Kann ich kacken? Ah, schön wär's. Geht zu viel, oder? Nein. Bei mir ist ein Ad. Ja. Scheiße. Ich hab einen Ad. Mach ich schnell. Ich kann den hier kaum von Feier rüber nehmen. Ja, ja, ist okay. Ich kann mich selber halten. Ah, hier? Ja. Ich nehm direkt drauf. Ja, ich bin dabei. Kein Problem. Oh, hier muss man mal kurz einen Mann abpushen. Boah, guck dir das an. Wow, Alter, was machst du? Feier, mein ich. Ich hab grad was abgekriegt, nun mal so. Ja, fast auch nicht, Mann. Dafür kann ich nix. Ähm, doch. Bin der Träger? Welche Ausrede hast du? Ähm, keine. Ich brauch keine. Ich weiß mal, ob ich das auswählen kann. Würde ich vielleicht versuchen. Kannst du mal probieren? Aua. Ne, das war blöd. Hier ist es wieder jetzt. Ja. Läuft gut hergrad hin. Okay. Äh, resettet? Nein, okay. Äh, doch. Äh, let's stopp, dann stopp. Ja, du darfst mit dir nicht laufen. Das hatten wir, äh, wann haben wir denn letztlich? Wir haben doch Udas erst gerade aufgenommen. Da hatten wir das auch. Warst du dabei, Asu? Äh, nee, ich glaube nicht. Oder? Oh, die droppen sogar. Oder war es ein Ad? Und das hat mir noch mal, weil es ist. Ich helfe es.